In Abensberg findet am kommenden Samstag wieder der Kunstnachtmarkt statt. Zentrale Attraktion ist natürlich der Künstler- und Kunsthandwerkermarkt, bei dem Ausstellungen, Verkauf und künstlerische Darbietungen vermischt werden. Neben lebendigen Kunstwerken kann man in Abensberg auch Künstler bei der Arbeit erleben. Aber auch für stimmungsvolle Musik ist gesorgt. Unter anderem gibt es die Häuslratzen und die Musikwerkstatt Abensberg zu hören.